Ja, liebe Zuschauer, hat auch Ihr Arzt schon mal gesagt, Sie sollten sich ein bisschen besser bewegen. Haben auch Sie schon mal gemerkt, dass man einfach mit der Zeit nicht mehr ganz so agil und fit ist, wie das mal war? Und vor allem haben Sie sich auch schon mal überlegt, ob denn gesundheitlich alles in Ordnung ist? Ob der Blutdruck stimmt, ob die Herzfrequenz stimmt und wie Sie da ein bisschen besseren Blick auch in Zukunft auf Ihren gesundheitlichen Zustand haben können? Ja, dann darf ich Sie an dieser Stelle recht herzlich begrüßen heute hier in dieser Sendung, denn wir kümmern uns genau um dieses Thema. Wir möchten Ihnen mehr Vitalität, mehr Motivation auch ans Handgelenk bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, um wieder ein bisschen mehr zu machen. Das, was der Arzt auch gesagt hat und vor allem, um sich auch so einen Gesamteindruck über Ihre Vitalwerte zu verschaffen. Und da hat Kathi gesagt, wir zeigen Ihnen Fitnessuhren, die aber bei Gott nicht nur was für Fitnessleute oder für Sportler sind. Nee, das ist für jeden etwas, gerade für uns normale Leute, die einfach ein bisschen auf den Körper achten möchten und vielleicht auch ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen mehr Vitalität in den Alltag bringen möchten. Aber das ist ja oft sehr, sehr schwer. Ich meine, das kennen Sie wahrscheinlich auch, das kennen wir alle. Und man weiß auch oft gar nicht, wie viel mache ich denn im Alltag? Ja, so an Bewegung, an Schritten zum Beispiel. Ja, wissen Sie das? Wie viele Schritte Sie überhaupt im Alltag machen an so einem Tag? Ja, das weiß man oft gar nicht. Ja, man kann es auch gar nicht so einschätzen. Mit einer Fitnessuhr zum Beispiel, da bekommt man das erst mal mit. Was mache ich eigentlich? Wie viele Schritte mache ich über den Tag? Wie viele Kalorien verbrauche ich eigentlich über den Tag? Und das kann man hier wirklich dann sehr schön auf so einer Fitnessuhr ablesen. Man hat ein schönes Display, da wird das alles angezeigt. Und diese Fitnessuhren, die zieht man ganz normal an wie eine herkömmliche Uhr am Handgelenk. Die liegen sehr schön an. Und einfach durch Berühren vom Display hat man hier dann schon alles sehr schön angezeigt auf dem Display. Dieses erste Modell, das wir hier haben, ist wirklich sehr, sehr schick gemacht. Wir haben hier das Ganze wasserdicht auch. Ja, also man kann die wirklich den ganzen Tag übertragen. Ein tolles Silikonarmband hier in unserer Grundvariante und wirklich sehr, sehr schön anschmiegsam am Handgelenk. Wie gesagt, wasserdicht. Also man muss sich da auch überhaupt keine Gedanken machen, wenn man Hände wäscht oder auch mal irgendwie mal schnell unter die Dusche geht oder sowas. Ja, die können Sie wunderbar den gesamten Tag übertragen. Und man hat hier dann diese Grundwerte direkt angezeigt. Natürlich einmal auch direkt die Uhrzeit, die angezeigt wird, aber dann auch solche Grundwerte, wenn Sie wieder draufklicken, wie zum Beispiel hier die Schritte, die Sie machen und die Kalorien, die Sie dann verbrauchen über dem Tag. Aber es wird ganz spannend, weil Sie können die Uhr auch nachts tragen, haben dann die Möglichkeit auch mal zu schauen, wie schlafen Sie überhaupt. Das ist ja auch mal ganz spannend. Dann aber, Vivian hat es gerade schon angesprochen, auch sowas wie die Vitalwerte, die Sie überprüfen können. Das ist hier zum Beispiel bei dieser Uhr einmal die Herzfrequenz, die Sie überprüfen können. Blutsauerstoffsättigung im Blut, das ist vielleicht ganz spannend, auch wenn Sie am Wandern sind und dann auch mal in die Höhen unterwegs sind, dann kann man das hier mit dieser Uhr hervorragend überprüfen. Da müssen Sie dann hier, wenn Sie so etwas überprüfen wollen, zum Beispiel den Blutdruck, einfach nur hier drauf drücken und dann fängt die Messung an. Im unteren Teil der Uhr ist ein Sensor integriert und dann beginnt sofort die Messung. Man braucht jetzt also keine umständlichen irgendwie Apparate anlegen oder so etwas, sondern da beginnt sofort die Messung. Es wird gemessen und sobald die Messung beendet ist, dann hat man auch so eine kleine Vibration am Handgelenk und dann weiß man, ah, die Messung wurde beendet und dann wird einem hier der Blutdruck perfekt angezeigt. Also hier, zack, jetzt ist es fertig. Da sieht man jetzt da, ist mein Blutdruck perfekt. Schauen Sie, wie einfach das ist. Also das ist wirklich so etwas für den Alltag, wenn man merkt, vielleicht ist mein Blutdruck gerade zu hoch. Man möchte sich so ein bisschen überprüfen. Natürlich ersetzt das jetzt keinen Arztbesuch, aber wenn man gerade mal so das Gefühl hat, ich muss den Blutdruck einfach mal zwischendurch checken, ist das wirklich so eine ganz einfache Möglichkeit, das mal eben zu machen. Das mal eben zu machen, das stimmt. Kathi hat es gesagt und du hast es auch angesprochen, dass sie jetzt zu dieser, das ist ja auch der erste Schritt zu dieser Anzeige, wie viele Schritte machen sie eigentlich im Tag verteilt, wie ist das alles so, dass sie da mal einen Anhaltspunkt haben, dass sie sich auch dort verbessern können, aber vor allem halt auch diese gesundheitlichen Vitalwerte sich mal anzeigen lassen können. Vergleichbare Modelle, liebe Zuschauer, möchten wir fair sein, kosten 150, 160 Euro. Mindestens, ja. 37,91 Euro. Das ist doch mal ein schöner Preis, das einfach mal auszuprobieren. Einfach mal zu sagen, Mensch, ich möchte jetzt auch mal sehen, wie geht es mir denn so, Kathi, du hast die Blutsauerstoffsättigung angesprochen. Auch das muss ich persönlich auch aus eigener Erfahrung sagen. Manchmal hat man das Gefühl, so ein bisschen schlecht Luft zu bekommen. Wenn man dann aber sieht, 98 Prozent Sauerstoffsättigung, dann gibt das einem auch gleich so ein beruhigendes Gefühl. Da weiß man direkt, alles ist in Ordnung. Wenn man dann weiß, seine Blutsauerstoffsättigung ist wirklich im gesunden Bereich, dann weiß man, alles ist in Ordnung. Und da fühlt man sich auch gleich wieder ein bisschen sicherer. Dann weiß man, ah, super, ja. Auch wenn Sie spazieren sind, halt wandern oder mit dem Fahrrad mal in ein bisschen höheren Höhen unterwegs, dann sollte man auf die Blutsauerstoffsättigung achten. Und da ist das toll, wenn man sowas am Handgelenk hat und da mal eben drauf gucken kann. Das kann man ja sonst gar nicht. Hier ist das dann möglich. Und falls Sie ein Smartphone haben, da gibt es eine kostenlose App, die heißt David. Die laden Sie sich einmal runter und dann können Sie auch alle Werte hier in dieser App sehen. Das synchronisiert sich immer automatisch. Da muss man dann gar nichts machen. Und da werden die dann angezeigt. Schauen Sie hier. 1821 Schritte. Das war das, was ich auch gerade hier auf meiner Uhr hatte. Das geht immer automatisch. Das überträgt sich darüber. Und dann sehen Sie hier auch direkt Herzschlag. Dann natürlich hier Blutdruck, den ich ja gerade bei mir gemessen habe. Das wird alles direkt angezeigt. Hier auch Blutsauerstoff. Und das wird in so einem Ampelsystem farblich angezeigt. Und wir können jetzt hier, wir hatten ja gerade das Thema Blutsauerstoff. Dann kann ich da mal draufklicken. Dann sieht man hier 97 Prozent war mein Blutsauerstoff, den ich gemessen habe. Dann sieht man hier das Ampelsystem. Und dann sehe ich auch gleich, das ist vollkommen im grünen Bereich. Und dann wird mir hier das aber auch nochmal in Textform erklärt. Ja, dass ich werde damit nicht alleine gelassen mit den Werten einfach so, sondern ich habe die Erklärung dazu, dass das wirklich ein guter Wert ist, den ich hier erreicht habe. Da wird auch nochmal genau erklärt, was die Blutsauerstoffsättigung ist. Und ich sehe auch hier von den letzten Messungen nochmal die Werte, sodass ich das sehr schön vergleichen kann. Sie zu Hause, Sie können natürlich diese Werte, wenn Sie da sehen, oh, da waren vielleicht auch mal Werte dabei, die nicht so gut waren, können Sie das natürlich auch gerne mal mitnehmen zu Ihrem Arzt und dem das mal zeigen. Ja, wenn Sie da besorgt sein sollten, auf jeden Fall damit dann mal zum Arzt gehen und dem das zeigen, wenn Sie möchten. Das ist natürlich dann der richtige Weg. Und das ist natürlich nicht nur bei der Blutsauerstoff so, sondern auch beim Blutdruck zum Beispiel. Sehen Sie hier auch das Ampelsystem wieder mit systolischem und diastolischem Wert. Auch hier alles schön erklärt, das Ganze super toll gemacht, dass man das hier alles wunderbar sieht. Herzschlag, natürlich, wenn Sie die nachts tragen, auch mit den Schlafwerten super toll, alles erklärt. Das ist wirklich fantastisch. Also so, dass Sie hier das alles perfekt am Handgelenk haben. Ja, also da haben Sie wirklich einen tollen, tollen Begleiter, der hier für Sie da ist und wo Sie sich einfach dann auch ein bisschen Sicherheit ans Handgelenk holen. Und das für 37,91 Euro, liebe Zuschauer. Also probieren Sie das wirklich aus. Katja hat es gesagt, schön ist, Sie werden hier mit keinem Wert alleine gelassen. Sie haben immer noch mal eine kleine Erklärung drunter. Sie sehen das mithilfe des Ampelsystems. Das ist wirklich für jeden super leicht zugänglich und dann auch zu verstehen. Die Bestellnummer lautet NX 4583 und die 569 37,91 Euro. Wenn ich sage, 50 Prozent aller unserer Zuschauer bestellen gleich zwei für den Partner und die Partnerin gleich mit zusammen, liebe Zuschauer, dann wäre das noch gelogen. Es ist mittlerweile ein viel größerer Wert, so gut wie jeder Zuschauer bestellt wirklich gleich zwei. Weil aber Damen und Herren vielleicht dann auch Ihre Fitnessuhren voneinander differenzieren möchten, können Sie vielleicht auch so ein zusätzliches Armband dazu bestellen und das mal austauschen, um das Ganze dann auch auf Ihren Kleidungsziel anzupassen. Das ist sehr beliebt und das ist wirklich bei dieser Uhr hier was ganz Besonderes, denn das Grundmodell, das Sie bestellen, schaut so aus in der Verpackung und kommt mit diesem tollen Silikonarmband zu Ihnen nach Hause. Das ist natürlich die sportliche Variante. Die haben Sie auf jeden Fall, wenn Sie hier bestellen. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit hier direkt dieses tolle schwarze Milanese Armband hier da zuzubestellen für 9,41 Euro. Das wird ganz einfach dann an die Uhr mit so kleinen Stiften hinten dran geklipst. Ist wirklich sehr einfach zu machen und das ist wunder, wunderschön hier mit einem Magnetverschluss toll gearbeitet. Diese Milanese Armbänder ist ja ganz, ganz klassisch hier, kommt ja ursprünglich aus Mailand, wirklich ganz anschmiegsam, auch ans Handgelenk ganz weich und gibt der Uhr dann natürlich einen sehr, sehr eleganten, sehr, sehr klassischen Look. Mit diesem schwarzen auch hat so ein bisschen diese Carbon Optik dadurch auch so ein bisschen und hier für 9,41 Euro wechselt diese Fitness Uhr dann natürlich gleich den Look und geht so ein bisschen ins elegantere rein, gerade auch für die Herren, die es tagsübertragen. Vor allem für 9,41 Euro. Also da bitte ich Sie, greifen Sie dazu, liebe Zuschauer. Die Bestellnummer für das Milanese Armband in schwarz hier NX 4588 und die 569. Wir zeigen Ihnen das gleiche, aber weil die Nachfrage auch schon gekommen ist, natürlich gerne auch in der silbernen Variante. Mein persönliches Highlight, mein Favorit hier heute. Was ich schön finde, Kathi, bei den Milanese Armbändern haben unsere Zuschauer den Magnetverschluss. Das heißt, man kann das auch wirklich ganz genau aufs Handgelenk super schön einstellen. Genau, diese Milanese Armbänder haben hier im hinteren Teil diesen Magnetverschluss. Man kann das perfekt am Handgelenk justieren und die sind wirklich ganz anschmiegsam, sehr edel und elegant gearbeitet. Sie sehen das ja jetzt hier bei unserer tollen Uhr. Also das ist wirklich super, super schön gemacht, wenn man die dann am Handgelenk hat. Das sieht super exklusiv und hochwertig aus. Also diese Uhr sieht ja jetzt aus wie so eine Uhr, die mindestens 250 Euro gekostet hat, oder? Ja, das ist wirklich Wahnsinn, was dann dieses Armband alleine an dieser Uhr ausmacht. Ich finde es wirklich spektakulär, weil das ist so unglaublich schön, wenn man die am Handgelenk hat. Das müssen Sie mal ausprobieren. Also sowas Tolles und ganz, ganz weich. Also Milanese haben ja wirklich auch viele sehr, sehr hochwertige Hersteller von Uhren dann im Programm. Selbst da kann man dann die Armbänder auch auswechseln. Spektakulär. Unter der Bestellnummer NX 4587 unter 569 auch für 9,41 Euro die silberne Variante. Wir haben aber noch zwei weitere Fitnessuhren für Sie. Sie sind ja gerade in die Thematik mit uns eingestiegen, haben sich jetzt auch schon clevererweise für eine Fitnessuhr entschieden. Wir haben noch zwei weitere Modelle, liebe Zuschauer, die auch sehr, sehr begehrt sind, die sich jetzt aber dann nochmal ein bisschen differenzieren. Denn Kathi, Fitnessuhr ist nicht gleich Fitnessuhr und da hast du für unsere Zuschauer heute mehrere Varianten mitgebracht, damit auch wirklich jeder die passende Variante findet. Genau, es gibt ja da wirklich Unterschiede. Jetzt das nächste Modell. Das ist hier ein Modell, das hat noch weitere Optionen. Hier sehen wir es gerade, das ist auch von der Optik so ein bisschen sportlicher gehalten. Wir sehen es mit diesem tollen Kranz außenrum nochmal und da sehen wir auch gerade schon diese Sporteinstellungen, die da möglich sind. Hier hat man die Option, auch vier Sportarten direkt auszuwählen, einzustellen. Dann wird ja die Kalorienberechnung auch direkt auf diese Sportarten optimiert. Da hat man zum Beispiel Gehen, Laufen, Fahrradfahren, Wandern und Bergsteigen mit dabei, um hier dann nochmal die Kalorien optimal angezeigt zu bekommen. Auch die Distanz, die man zurückgelegt hat, nochmal optimal angezeigt zu bekommen auf diese Sportarten, die man gerade macht. Auch hier haben wir natürlich, und da sehen wir es, ein ganz, ganz tolles Display wieder mit dabei. Sehr, sehr intensiv auch kontrastreich. Also wirklich schön gestaltet das Ganze. Die Besonderheit hier ist nochmal an der Seite dieser kleine Touch-Button, den wir haben. Also wenn man hier drauf drückt, geht auch sofort hier das Display an. Wir haben hier ein ganz tolles Farbdisplay, 3,3 Zentimeter, das unglaublich leuchtstark ist. Also selbst in der Sonneneinstrahlung kann man das wirklich sehr gut ablesen. Und auch hier wieder die Touch-Bedienung, die wir haben im unteren Teil. Schauen Sie mal, wie leuchtstark, wie intensiv dieses Display ist. Also das ist wirklich eine so tolle Fitnessuhr, die man hervorragend, selbst bei stärkster Sonneneinstrahlung ablesen kann. Wenn Sie schon wissen, dass Sie viel draußen unterwegs sein werden, viel im Freien unterwegs sein werden mit Ihrer Fitnessuhr, dann ist das natürlich auch meine Empfehlung, weil die kann man wirklich perfekt ablesen. Auch aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln kann man die toll ablesen durch dieses sehr leistungsstarke, sehr farbintensive Display. Auch wirklich ein großes Display, das wir hier haben, das man mal gut auch ohne Lesebrille anschauen kann. Das ist ja auch immer wichtig, dass wir hier haben. Und wir sehen hier auch gerade sehr schön in unserer kleinen Animation, Sie bekommen selbstverständlich auch hier wieder die kostenlose App mit dazu, sodass Sie alle Daten von Ihrer Fitnessuhr direkt auf die App übertragen können. Auch hier Blutdruck und Pulsanzeige mit dabei mit einer EKG-PPG-Funktion. Da können Sie sogar wie eine Art EKG erstellen und das direkt dann auch auf Ihr Smartphone übertragen, wenn Sie möchten. Ich kann Ihnen auch gleich mal so eine Live-Messung hier am Handgelenk zeigen. Das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, was mit dieser neuesten Technik hier heutzutage möglich ist. Sowas, das denkt man sich gar nicht. Man denkt immer, das können eigentlich nur die Ärzte. Dann bei den Ärzten kann man sich das mal auf einem Monitor anschauen. Durch diese exklusive, durch diese technisch innovative Sensortechnik, die hier in diesen Uhren bei uns verbaut ist, kann man das wirklich auch schon am Handgelenk machen. Man kann sich das dann direkt in der App und auch direkt auf der Uhr anschauen. Also das ist wirklich spektakulär und da haben schon so viele Kunden zugegriffen. Hier sehen wir es nochmal. Das sind diese Live-Messungen, die man dann direkt auf dem Smartphone sich anschauen kann oder auch direkt halt auf der Uhr. Und das ist natürlich toll. Sie können natürlich diese Werte dann auch wieder halt mitnehmen, mal zum Arzt oder dem Arzt dann halt auch zeigen. Sagen hier, so sah das aus. Das ist halt eine Revolution. Also da hat man halt wirklich einen Mehrwert von. Und man hat sehr viel Sicherheit, man lernt sehr viel über seinen Körper, über seine Vitalwerte. Und schauen Sie mal, so schaut das dann am Handgelenk aus. Ich zeige Ihnen das auch mal hier mit dieser Messfunktion. Hier sehen wir die Schritte. Schauen Sie mal, sogar animiert mit diesen kleinen Füßen, die sich dann bewegen. Distanz, die man zurückgelegt hat, verbrauchte Kalorien, Schlafüberwachung, die Sie mit dabei haben. Dann haben wir hier natürlich die Möglichkeit, den Blutdruck zu messen. Und hier jetzt diese EKG-PPG-Funktion. Kann ich Ihnen mal zeigen. Wenn man da drauf hält, sehen Sie das? Perfekt wird jetzt hier auch wunderbar dieses Diagramm angezeigt. Direkt natürlich auf der Uhr, wie wir es gerade auch in unserem Video gesehen haben. Ich dürfte jetzt dabei natürlich eigentlich nicht sprechen, damit es hier die Werte nicht verfälscht. Aber oben auch direkt der Puls mit angezeigt. Also das ist wirklich sensationell, was heutzutage durch diese Sensortechnik möglich ist. Dass man das dann zu Hause selber mal überprüfen kann. Das ist wirklich sensationell, oder? Das ist sensationell, liebe Zuschauer. Das sagt nicht nur Kathi. Ich bin sowieso ein Riesenfreund. Auch Sie haben uns schon vermehrt geschrieben. So wie wir zum Beispiel aus Berlin einen Kundenbeitrag bekommen haben. Vor ein Werte her und schreibt. Super Produkt mit einfacher Bedienung und langer Akkulaufzeit. Sehr praktische Blutdruckmessung für unterwegs. Auch ohne direkte Kopplung mit Smartphone möglich. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu Konkurrenzprodukten. Kauf kann empfohlen werden. Das ist ja genau der Punkt, dass es eben so einfach ist. Auch hier, liebe Zuschauer, natürlich, wir möchten es nochmal erwähnen. Sie können Ihre neue Vital-Uhr gerne mit Kombination des Smartphones nutzen. Das müssen Sie aber nicht. Gerade hier bei dem kontrastreichen Display reicht natürlich auch, diese Fitness-Armbanduhr alleine am Handgelenk zu tragen. Das geht selbstverständlich auch, wenn Sie wünschen. Und auch hier sind wir wieder bei einem total fairen Preis von 66,41 Euro, wo man sich sowas einfach auch mal zulegen darf, sowas auch mal ausprobiert. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 150 Euro. Und deshalb muss man da auch wirklich bestellen. Kathi, ich finde ja wirklich auch so schön, ich muss ja da auch ehrlich von mir sprechen, EKG, liebe Zuschauer, Herzfrequenz, Blutdruck, da wird man mit irgendwelchen Werten umworfen, wo man eigentlich gar nicht so richtig weiß, wie setzt sich denn da an. Hier bei Ihrer Fitness-Uhr werden Sie immer begleitet. Sie sehen immer mithilfe des Ampelsystems, wie der tatsächliche Zustand gerade ist. Und Kathi, was ich auch sehr schön finde, bei allen Apps, die wir Ihnen heute hier auch zeigen, dass man da auch dann gleich so kleine Hinweise bekommt, wie man vielleicht auch was verbessern kann. Wie ich meinen Blutdruck zum Beispiel niedriger bekomme oder Ähnliches. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele schöne Möglichkeiten. Und das für 66,41 Euro. Kathi, schön ist auch das runde Modell jetzt hier. Genau, also wirklich perfekt gemacht. Sehr leuchtstark, sehr farbintensiv. Das ist ideal. Also hier gleich zugreifen, vor allem für 66,41 Euro. Das ist die allerneueste Technik. Ich zeige Ihnen nochmal diesen tollen Sensor, der da eingebaut ist. Hier übrigens natürlich auch alles wasserdicht. Ganz wichtig, alles wasserdicht. Hier im unteren Teil, da sieht man, hier ist der Sensor eingebaut. Super Technik. Ladekabel gibt es dazu. Das brauchen Sie wahrscheinlich nicht so häufig, weil fünf Tage Akkulaufzeit. Also kann man wirklich fünf Tage tragen. Erst dann muss sie wieder aufgeladen werden. Das ist eine Wahnsinnstechnik. Vergleichbare Modelle mit so einer innovativen Technik liegen halt wirklich bei 200, bei 250 Euro. Deshalb unser TV-Sonderpreis hier für diese Modelle, die wir ja auch hier in der Sendung haben, der ist phänomenal. Der ist phänomenal, genauso wie der TV-Sonderpreis. Das ist 66,41 Euro, liebe Zuschauer. Ihre Bestellnummer NX 4553 und die 569. Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss, liebe Zuschauer. Und da haben wir einen Bestseller, der erst seit gestern wieder lieferbar ist. Also da dürfen Sie jetzt bitte gleich zugreifen. Der war nämlich lange, lange vergriffen. Diese Fitnessuhr, die wir Ihnen jetzt zeigen, da sind wir auch bei 150 Euro unverbindlicher Preisempfehlung und im TV-Sonderpreis von 66,41 Euro. Aber trotzdem unterscheidet sich dieses Modell noch ein bisschen von den anderen, Kathi. Wir haben hier ein eckiges Modell, da sehen Sie es schon mal. Es ist wirklich so begehrt, so beliebt hier. Wir haben aus der TV-Präsentation heraus wirklich direkt eine solche Ansturm gehabt. Das ist natürlich auch hier eine wirklich so, so wunderschöne Fitnessuhr, die wir haben. Ich muss sagen, die ist so toll verarbeitet. Ich war wirklich begeistert. Also alleine, wie die zu Ihnen nach Hause kommt, so exklusiv, so schön. Sie werden es lieben. Die kommt in einer ganz tollen Box. Die ist unglaublich toll verpackt. Das ist die Box, in der Sie nach Hause kommt. Die ist dann nochmal, wenn Sie die Box dann aufmachen, richtig toll. Natürlich hier eingebettet in Wow. In so einem wunderschönen kleinen Bettchen hier. Da ist auch nochmal so eine ganz tolle Folie oben drüber. Da nimmt man die dann ganz vorsichtig raus. Wirklich super schick das Ganze. Und wenn man die dann einmal anfasst, dann merkt man schon ein ganz hochwertiges Silikon, was wir hier haben. Und schauen Sie mal, dieses tolle Display. Ist das spektakulär? Also wir haben hier ein Modell, das wirklich auch, Sie sehen schon vom Display her, wie toll das wieder ist. Ganz, ganz leistungsstark, ganz, ganz leuchtstark. Und auch in der Bedienung, die ist schon vorgeladen für Sie, wenn Sie die aus der Verpackung rausnehmen. Und Sie können die sofort einsetzen hier. Da sehen wir schon, es gibt unterschiedliche Einstellungen auch fürs Display. Das können Sie machen, wie Sie möchten. Ob da nur die Uhrzeit groß angezeigt wird oder wie bei mir jetzt die Uhrzeit mit einigen Fitnesswerten schon mit dabei. Da sehen Sie kleines Männchen und Kalorien und so etwas. Das können Sie selber wählen, wie Sie möchten. Dann hier auch Schritte, Kalorien, Strecke, Distanz. Und dann wischt man einfach nur drüber. Und auch hier wieder EKG-PPG-Funktion, die Sie messen können, wenn Sie möchten. Sie haben hier alle Optionen mit dabei. Hier Pulsmessung selbstverständlich für Sie mit dabei. Hier auch Herzfrequenz können Sie selbstverständlich messen. Blutdruck, Schlafüberwachung ist mit dabei. Sportarten, schauen Sie, wie toll das animiert ist in dieser Farbigkeit. Wirklich wunderbar. Nachrichten vom Smartphone werden übertragen, wenn Sie das möchten. Stoppuhr ist mit dabei. Sie können die Helligkeit hier auch nochmal einstellen und variieren. Die Designs einstellen. Hier natürlich mit dem Smartphone verbinden. Alles ganz einfach, ganz schön zu bedienen. Sie sehen, einfach nur drüber wischen, ganz leicht. Und ich möchte Ihnen das mal gerne zeigen mit hier diesen Messungen, weil das ist natürlich auch spektakulär, wenn man so eine Messung durchführt. Das geht auch hier wirklich super toll. Auch hier draufdrücken, draufbleiben. Und dann wird hier so eine Messung gestartet. Ich hoffe, das geht jetzt hier, wenn ich das hier so halte, dass Sie das mal sehen. Weil das ist wirklich super genial, das Ganze mit so einer EKG-PPG-Messung. Dazu einfach dann am Handgelenk natürlich, ich muss sie, glaube ich, einmal umlegen, damit wir das machen können. Da können Sie nämlich dann natürlich auch wieder diese Messungen mit diesem tollen Grafiken machen. Das ist wirklich sensationell das Ganze. Auch hier die Option, das Ganze zum Smartphone zu übertragen. Und das zeige ich Ihnen einmal auf dem Smartphone natürlich direkt. Die App heißt hier Wear Heart, ist kostenlos, können Sie direkt runterladen. Und dann werden auch hier alle Daten angezeigt. Sie haben auch hier wieder natürlich die Schritte dann angezeigt. Dann Schlafüberwachung. Hier natürlich auch den Blutdruck und die Gesundheitswerte. EKG, Blutdruck zum Beispiel. Und natürlich auch das, was Sie gerade gemessen haben. Ich habe vorhin schon mal eine Messung gemacht. Das können wir uns gleich mal anschauen. Das ist wirklich super schön, weil diese Messungen, wenn die dann hier, da war meine Messung zu schnell, da habe ich währenddessen mit Vivien mich unterhalten. Das wird aber dann auch gleich angezeigt. Schauen Sie mal hier. Das wird auch hier direkt animiert. Gucken Sie sich das mal an. Ist das toll? Also das ist das, was auf der Uhr angezeigt wird. Können Sie sich jederzeit dann auf Ihrem Smartphone anschauen. Ich bin da so begeistert von, oder? Es ist der Wahnsinn, liebe Zuschauer. Und das für 66,41 Euro. Was heutzutage einfach möglich gemacht wird, liebe Zuschauer. Das ist ein Bestseller. Sie müssen bitte zugreifen, wenn Sie sich diese exklusive Fitnessuhr sichern möchten. Die war lange Zeit vergriffen, weil viele unserer Zuschauer gleich zwei bestellen. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Die Bestellnummer lautet NX 4589 und die 569. Und stellen Sie sich vor, wie schön das ist. Wenn Sie demnächst zusammen mit Ihrem Schatz bei Abendsitzen vielleicht was essen und sich mal über Ihre Werte austauschen. Und sehen, dass Sie sich verbessert haben. Oder dass Sie mehr Schritte gemacht haben als Ihr Partner oder die Partnerin. Und das sind doch schöne Themen, über die man sich unterhält. Oder zu sehen, dass die Herzfrequenz immer besser wird. Dass vielleicht auch die Gesundheitstipps, die von Ihrem Smartphone ausgegeben werden, richtig toll in Ihren Alltag zu integrieren sind. Und Sie dadurch wirklich auch signifikante Unterschiede an Ihrer körperlichen Fitness feststellen und an Ihren Vitalwerten. Das ist mit Geld gar nicht zu bezahlen, liebe Zuschauer. Greifen Sie bitte zu. Wir fassen nochmal zusammen für Sie. Denn gerade das erste Modell für 37,91 Euro wird auch gerade schon sehr gerne bestellt. Da sind wir bei der Bestellnummer NX 4583 und der 569. Kathi, wer sollte sich dieses Modell zulegen? Das ist natürlich ein super toller Einstieg. Hier sehen wir es auch nochmal mit beiden Armbändern. Das Grundmodell kommt mit dem Silikonarmband zu Ihnen nach Hause. Also das Grundmodell mit dem Silikonarmband für 37,91 Euro. Das ist natürlich ein sehr schönes Modell für alle, die einen günstigen Einstieg wollen, trotzdem ganz elegant schon hier unterwegs sein wollen. Hier hat man wirklich alles mit dabei, was man braucht. Vor allem auch Blutsauerstoffsättigung kann hier gemessen werden. Das ist für viele natürlich, die wandern oder auch in den Bergen unterwegs sind, ganz interessant. Das ist für 37,91 Euro, liebe Zuschauer. Vergleichbare Modelle, 130 Euro aufwärts im Handel. Bestellen Sie bitte zwei, ganz, ganz wichtig. Noch sind sie lieferbar. Dann hatten wir aber auch noch die zwei Premium-Varianten für Sie, die jetzt noch ein bisschen genauer sind. Einmal das runde Modell für 66,41 Euro mit der Bestellnummer NX 4553 und der 569. Hier haben wir dieses ganz, ganz farbintensive, das ganz leuchtstarke Display. Wenn Sie viel im Freien unterwegs sind und das jetzt schon wissen, dann empfehle ich Ihnen auf jeden Fall diese Fitnessuhr, weil Sie halt das Display sehr gut ablesen können. Ja, auch hier, da sehen wir nochmal eine Wahnsinnstechnik, die integriert ist. Sie haben hier wirklich alles an Extras mit dabei, können natürlich auch alle Vitalwerte direkt hier sich anzeigen lassen. Sie haben auch hier die Möglichkeit, auf Sportarten nochmal zu optimieren. Also alles drum und dran, was man so braucht. Wasserdicht das Ganze auch. Also eine perfekte Uhr und vor allem sehr gut ablesbar. Und das, liebe Zuschauer, zu einem sehr gut ablesbaren Preis. Die Bestellnummer lautet NX 4553 und die 569. Oder Sie greifen einem Bestseller zu, denn vielen Zuschauern gefällt das eckige Design sehr, sehr gut. Sie sagen aber auch, wir möchten kontrastreiche Displays und ganz viele Vitalwerte. Dann jetzt zu greifen mit der Bestellnummer NX 4589 und der 569. Und Kathi, Top-Kundenbewertung, 5 von 5 Sternen, sehr innovativ und sehr leicht bedienbar. Ja, hier Premium-Auszeichnungen und es ist ein Top-Modell, muss man ganz klar sagen. In eckig, das gefällt vielen sehr, sehr gut. Und auch hier wirklich die Möglichkeit, sich wieder alle Vitalwerte anzeigen zu lassen. Eine sehr einfache Bedienung, das ist ja auch immer wichtig. Also Sie legen die einfach an und es ist selbsterklärend für Sie. Also auch wenn Sie noch nie mit so etwas Kontakt hatten, ist das überhaupt kein Problem. Und Sie werden richtig viel Freude damit haben, das sage ich Ihnen. Das ist eine richtig tolle Unterstützung für den Alltag und man hat wirklich Spaß dabei. Man lernt auch sehr viel über seinen Körper, über sich selber und es motiviert einen wirklich. Auch Sie, Sie werden richtig motiviert sein, dann ein bisschen mehr zu machen, sich zu steigern von Tag zu Tag und ein bisschen mehr auf den Körper zu achten. Ja, das ist eine ganz tolle Sache. Werden Sie vitaler, werden Sie fitter, liebe Zuschauer, und verbessern Sie Ihre Werte. Zum einen für den Arzt, zum anderen aber auch für Sie. Denn Hand aufs Herz, liebe Zuschauer, Sie wissen doch selbst auch, dass man ein bisschen was machen sollte. Und wenn das so einfach ist, jetzt Motivationen nach Haus zu holen, dann jetzt zu greifen, jetzt bestellen und endlich mal den einen oder anderen kleinen Spaziergang mit einlegen und die Vitalwerte dadurch auch noch deutlich verbessern. Und zudem haben Sie auch noch einen schicken Begleiter am Handgelenk. Also besser kann es doch gar nicht sein. Wird wünschen. Damit viel Spaß.